Willkommen zurück zu Let's Shuffle! Und wir sind hier auf... Ja, mit mir und Dirk und Teron halt. Dirk, äh, aka Teron. Und wir spielen auf HiveMC, ähm, Blockparty. Blockparty! Ai, 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 ai. Irgendwie wiederholt sich das bei dir immer. Ja, das ist... Mag's halt, und? Hast du was dagegen? Ja. Blockparty ist ganz einfach, Blockparty, ähm, ich muss den Sound vielleicht noch ein bisschen leiser machen wieder. Blockparty, äh, besagt, dass man, ähm... Die Farbe, die oben angezeigt wird, in der Zeit, wo es zur Verfügung steht, geht. Und meistens ist so viel Zeit zur Verfügung, wie ich diesen Satz gebraucht hab. Ja. Also es läuft Musik, und wenn die Musik aus ist, habt ihr einen Wolleblock unten im Inventar und, ähm, dieser Wolleblock hat eine bestimmte Farbe und dann müsst ihr die Farbe suchen und euch auf die Farbe stellen und alles andere wird dann ausgelöscht. Oh, wir können uns von Songvoten. Ich hab schon gewotet für Ich liebe dich, Pokémon. Nee. Nee, Ich liebe Pokémon steht da nur. Ja. Wo, wo ist das? Keine Ahnung, Konguna. Konguna. Ich hab gefragt, welches Lied ich nehmen soll. Ja, weiß ich doch nicht. Ich hab... Ich kann nicht mehr voten. Was? Außerdem ist das nur aktiv. Okay, preparem zu tanzen. Din, 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 din. Okay, White. Wo ist White? Hier ist White. Ich mag Schokolade, Pokémon. Alter, Schwede, White sieht eher wie grau aus, deswegen. Ah, bei schlechtem Wetter ist das so. Pink. Okay, hier. Pew. Lol. Und einer ist tot. Zwei. Zwei. Ja, zwei. So schnell geht's bei Blockparty. Grün ist ja riesig. Es ist green zu green und green ist green. Green screen. Falsches Grün. Merk ich auch grad. Oh, mein Scheißdreck. Ich sag noch, das ist ne riesen Fläche grün. Oh, Magenta. Oh Gott, macht mal los. Oh, jetzt ist er auch tot. Ich war so am Nachdenken so. Hm, ist das jetzt das Richtige oder ist das das Feld nebendran? Scheiße. Wollen wir dir noch ein bisschen zugucken? Ja, klar, kann man. Hier kann man schön durchgucken, obwohl das nicht richtig rendert. Hallo? Rendere doch mal richtig. Bei mir stehen die in der Luft. Stell die doch nicht in mich rein, du Affenkopf. Ich nehm doch auf, ey. Ich weiß, deswegen mach ich's. Oh, einer ist tot. Oder? Hacker. Ja, Hacker. Ich hacke nicht. So was, so was, so was mach ich hier aber gar nicht. Oh, der bewegt sich auch nicht. Jetzt ist er weg. Und wir haben noch einen. Yay. Wir haben einen Gewinner, nämlich Cosmic Storm 23. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehören ihm den Sing. Ein Dead Danger namens Next. Äh, 30. Das weiternehmen. Ja. Hey. Da ist zumindest der Andrang nicht so hoch wie bei den anderen. Okay, welchen Song nehmen wir? Ich nehm PC Treaty In Time. Okay, nehm ich auch. Der zweite Song überhaupt. So, was gibt's noch? Block Party? Customizer? Customizer? Was kann man customisern? Ja, geradeaus. Also, da wo ich jetzt hingucke, Richtung Sonnenaufgang. Mhm. Wo jetzt noch Waiting steht. Ja. Und warte mal, bis dann, wird nicht mehr lange dauern, bis dann alle Spieler da sind, bis genug da sind. Hm. Wieso? Warte. Ja, guckst du nach den Armen. So. Okay. Jetzt geht's dann los. Jetzt zählst du langsam runter dann. Vote, make a cake. Ich hab schon bewortet. Stell dich nicht in mich rein, du Affenkopf. Blockbro 37. Du bist zu alt dafür. Jetzt sind's andere, die sich bei mir reinstellen. Lord, tweet mal auf. Vote, make a cake. Ja. Make a cake? Oh, was ist jetzt da? Ja, da musst du warten. Das kommt gleich. Okay, kommt gleich. Du musst noch ein bisschen runterzählen. Okay. Man hat immer so lange Wartezeiten, oder? Ja, der hat lange Wartezeiten, das stimmt. Ja, wobei, selbst beim anderen warten wir eine Minute. Das ist doch scheiße. Ja, stimmt auch wieder. Können schon krass sein. Man müssen die irgendwie überbrücken. Mach mal Fingerspiele über Internet. Was machen wir? Fingerspiele übers Internet. Bäh. Ich kenn's doch irgendwie so Daumenketschen. Jetzt ist das Teil orange geworden. Fingerspiele hört sich ekelhaft an. Ey, Daumenketschen. Ja, Daumenketschen kenn ich ja. Ja, sowas halt. So, jetzt musst du hingucken gleich. Ja, ich schau, da ist schon orange geworden. Nee, das nicht. Ja, das auch, aber... Aber? Jetzt müsst ihr gleich kommen. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, An Iron Man 3. Iron Man 3? Bisschen, ihr hört jetzt auf und ihr gebt jetzt auf. In 5, 4, 3, 2, 1. Na komm. Ich hab schon fast vergessen, dass ich hier auf ne Farbe muss. Das ist scheiße. Aber ich hab mich noch rechtzeitig dran erinnert. So, was haben wir denn jetzt? Da, 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 da. Nein, hier. Ein kurzer, kleiner Streifen. Ja, die sind aber alle gut jetzt dabei, oder? Lol. Lord, weef mal auf. Oh, armer Kleiner. Okay, wo ist das? Wow. Oh, da kam ne Farbbombe-Runde. Geil. Haha, dort sind sie im Park gestorben. Yep. Hat's Zeug bekommen, hab ich gehört. Aha. Sian. Okay. Boah. Scheiße. Das ist aber knapp. Haha. Okay, ähm. Ja, warten, 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 für etwas. Ist schon wieder. Oh, Sian. Der eine ist genau auf der Stelle stehen geblieben. Der hat sich keinen Zentimeter bewegt. Er ist gut. Oh, yeah. Schon wieder. What? Da, mein, da, der. Hallo. Hallo. Wuhu. Hoffentlich die Ausrast- und Einrastfunktion nicht rein. Boah, Magenta, 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 Magenta. Alter. Ich hab mich so auf, auf, äh, Zian schon eingestellt mittlerweile. Ja. Lime, Lime, Lime. Okay, hier, hier. Hallo. Ja, genau. Ja, auf den einzelnen kleinen Scheißhaufen da gehst du drauf, ne? Du hast eine riesen Fläche hinter dir. Ja, weil's klappt, weil's klappt. Ganz einfach. Orange. Hinter dir. Okay, ja. Okay, braun, braun, braun. Okay, braun, bär. Nein! Fuck! Time to say goodbye. Da war ich zu langsam. Okay, was gibt's? Da heißt eine Double Killed. Grün. Wo ist denn der Affe? Da, 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 da ist Teron. Das war grün. Verdammt. Oh, fuck, Alter. Lime. Man geht dir auf den Lime. Oh, ja. Ja. Auf den Lime gehen. Drei sind's noch. Die halten sich gerade ein bisschen wacker, oder? Mhm. Blue. Ja, die halten sich gut, ja? Ey, ich hab grad, ähm... Oh! Yippie, herzlichen Glückwunsch an, äh... LS-Minecrafter. Ähm, ich hab grad, ähm, mal wieder eine Nachricht gesehen, beziehungsweise... Auf Facebook hat jemand gepostet. Etwas via der Postelon. Wir nehmen Surfer 24, okay? Ja. Ja, Postelon. Ost-Gilead-Krise. Minas Tirith? Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ja, Minas Tirith, ja. Ähm, verschärft Sanktionen gegen Mordor. Was? Ja! Verdammt, wir müssen für Sugar Rush voten. Nein, ich hab jetzt das dritte genommen. Irgendwas mit 2014. Nee, nächstes Mal ist Sugar Rush. Aus Ralf Reichs, wenn's das ist. Ah, sehr guter Film übrigens. Alle, die nicht kennen. Den muss ich mal auch mal wieder anschauen. Hey, Slimefly, ha, ha, ha. Okay, ja. Mal schauen, wann's da anfängt. Nee, aber wie gesagt, es ist da... Der Postelon ist schon mal lustig. Oh ja. Wir haben schon lustige Sachen drauf. Das hab ich mal meiner Mutter gezeigt, die hat sich auch kaputt gelacht. In der Tat. In der Tat. So, wann geht's denn so los, ey? Eine Minute. Wir haben ja auch mal letztens wieder Iron Man 3 angeschaut, falls mir wieder einfällt. Oh ja. Spitziger Film auf jeden Fall. Ich seh hier grad. Demnächst verfügbar. Vier Hardware-Buttons für unterschiedliche Funktionen, die du auf die Rückseite deines Smartphones kleben kannst. Why? Keine Ahnung. Ich mein, alle Funktionen, ja, es sind feste Knöpfe, ich weiß nicht, naja. Ich mein, auf dem iPhone haben die auch nur einen Knopf. Und ich komm gut damit zurecht, ehrlich gesagt. Zu viel ist einfach, too much is too much. Too much. Na, so is it einfach. So is it. Okay, dann beginn's mal langsam, yeah. 3, 2, 1. Let's go. Start to dance. Ah, ich hab prepared to dance. White, okay, white. Ich steh bei dir. Ja. Stand by me. Oh ne Scheiß, alle. A power-up has been spawned. Oh, black. Black, black. Ist das black? Jawohl, genau. Ich seh wie dunkelbraun aus. Ne, das ist black. Okay, das ist black. Hast du das andere Text-Epic drin, das, was wir mit drin haben? Ich hab das Originale. Ja, gut, dann. Purple. Ah, diesmal weiß ich wohin. Oh. Das ist f- LOL. Ja. Wollt ihr mich verarschen hier? Ich hab ja auch nämlich überlegt, gehst du da rinder jetzt oder bleibst du auf dem jetzt hier? Ah, leck mich doch am Arsch. Pink war das. Da du bist. Pink. Ach, du bist da hinten noch. Alter, ich war- Da waren neun Dancer auf derselben Stelle, ne? Und ich war der Einzige, der auf einem anderen Feld war. Das ist peinlich. So, komm schon. Mach es, äh, gib es mir. Okay. Was haben wir denn? Purple. Nein, danke. Wie, nein, danke. Gib dir nichts. Du sollst mir doch nichts geben. Deine Drogen kannst du behalten. Schon wieder purple. Zack. Und wieder einer tot. Yay. Verbleibend Sex. Leute, ja natürlich. Oh Gott, was ist das? Gray. Oh, pff. Oh, alter. Warte, ach so. Okay, fünf. Oh. Grün, grün, grün. Wo ist grün? Oh. Leicht ein bisschen knapp gerade. Boah, ja genau, klar. Pink. Pinky time. Oh. Ich finde Blockparty aber eigentlich so an und für sich ganz lustig für zwischendurch, mal klar. Verdauerhaft ist es jetzt nix, aber. Gray. A color co has spawned. Hast du, hast du Grimtales angeguckt? Grimtales von Grongtales? Ja, das, lol. Okay, das Rimmelbild, aber ich muss den abgelenken. So, dann könntest du dich an Mr. Gray Gray erinnern. Ach so, Mr. Gray Gray. Ne, den kann ich nicht. Okay, wir gucken nochmal, wie sie die restlichen drei Dances hier schlagen. Ach, bist du schon draußen? Ja, ich bin gerade irgendwie aufs Falsche gegangen. Obwohl hier immer so... Yay, wer hat gewonnen? Solchi Barros XD. Solchi Barros. Herzlichen Glückwunsch und, äh, das war's mit der Folge. Also da, Leute, bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.